Also das ist Bitumen, das wird dann heiß gemacht am Ofen und ich mache das dann auf die Kante, rechts und links und auf die Mitte. Also das macht das Boot nicht dicht, sondern das ist eigentlich nur ein altüberlieferter Schutz. Mein Opa hat es gemacht, mein Vater hat es gemacht, jetzt mache es ich noch. Es bringt eigentlich nur einen Kanteschutz, wenn man jetzt dann über eine Steinbank oder irgendwas fährt, dann reißt das Boot nicht gleich unter auf, sondern dann reißt zuerst dieses Bitumen weg. Nur ein Schutz, hat mit der Dichtigkeit überhaupt nichts zu tun und halt altüberliefert.